Ein Part, ein Dungeon, wie immer bei Let's Play, The Legend of Zelda, Link's Awakening, Deluxe. Hoppala. Schlüssel. Wir sind hier im Wohnpalast, den letzten Part sind wir hier angekommen auf der Insel Kokolint. Der Kompass, nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als alles weitere Hilfe, ein akustisches Signal, zeigte die Räume an, in denen ein Schlüssel versteckt ist. Achso, wollen wir. Genau, hier sieht man die Karte. Das hier war in den Dungeons. Acht gibt es insgesamt. Deswegen hier auch... Achso, kann man jetzt hier nicht sehen. Aber es sind hier acht Slots verzeichnet gewesen. Konnte man aber einen letzten Part sehen. Hier gibt es zum Beispiel einen Schlüssel. Das hat man gerade gehört. So. Hier haben wir einen Schlüssel. Jeder Schlüssel hat einen Düssel. Hier gibt es nix. Jetzt fragt ihr euch, warum, wo ein Palast. So. Du hast 20 Rupe hier gefunden. Na toll. Na toll. Einen Schlüssel haben wir hier. Das schieben wir mal hier hoch. Öffnen wir mal diese Tür. So. Oh. Nicht, dass wir hier verrecken. Das ist... Das wäre unschön. So. Diesen Stein schieben wir hier hin. Stachis. Das sind echte Stachis. Aber wir sollten noch nicht hier sein, glaube ich. Na ja, schauen wir mal. So. Eine Shop in One Passage. Ja. Es gibt Gumbas. Sollten tatsächlich nicht hier sein. Oh oh. Oh. Verdammte Scheiße. Junge, 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 Junge. Herzrasen, bis wir nicht mehr. Kurz antäuschen hier. So. Ich brauch' paar Herzen. Wir mal... So. Diesen Schlüssel nochmal. Ich will erstmal mich hier umgucken. Das ist noch ein Schlüssel. So. Hier ist weiter nichts. Da ist noch ein Schlüssel drin. Da wäre noch was. Ich guck mich aber erstmal hier um. Das ist jetzt lauter solcher Abgründe. Was hat das damit auf sich? Wollt ihr bestimmt wissen, ne? So. Hier. Mist. Alter. Nein. Ah. Karo? Karo? Scheiße. Pik. Nein. Mist. Karo. Mist. Herz. Oh, das könnte ich jetzt noch hinziehen hier. So. Nein. Karo? Nein. Okay. Hamad. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. So. Das haben wir. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Jetzt dürfen wir halt nicht kaputt gehen. Wäre unschön. So. Müssen wir halt bei den Goombas jetzt aufpassen. Öffnet sich eine Tür nicht. Verschiebe einen Steinblock. Ja. Gut. Das machen wir jetzt so. So. Ja. Es gibt mehrere solches Shop-in-One-Passagen. Okay. Hier ist die Greifenfeder erlaubt es dir, große Sprünge zu machen. Okay. Machen wir das gleich mal ausrüsten. So. Herzi. So. Jump, jump, jump. So. Hier kann man schön abkürzen. So. Jetzt sind wir ein bisschen OP, aber egal. Hey, der war aber hier nicht, ja, oder? Ist egal. Ähm. Können wir erstmal hier lang gehen. So. Genau. Oh, Zwischenbots. Vorsicht, vorsicht, vorsichtig. Vorsichtig. Das gibt's nicht. Oh, war knapp, ey. Oh, war ich hier jedenfalls? Achso. War eine kleine Abkürzung. Schade. Okay. Ja, ärgerlich. Aber was willst du machen? Das ist ein Teleporter übrigens hier. Das, da geht's schon zum Boss. Let's mal schauen, was hier drin ist. Achso. Das hat mit... Upsa. Das hat mit dem Boss... Aua. Das hat mit dem Boss zu tun. Spielt jetzt noch keine Rolle. Das haben wir schon gemacht. Oh Gott. So, weiter nicht hier lang. Okay. Endlich. Mit den großen Schlüsseln lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. So, haben wir denn eigentlich alles. Eine Truhe fehlt uns noch. Die ist da unten rechts. Haben wir da was übersehen? Scheint nur Bonus-Zeugs zu sein. Müssen wir jetzt... Wir müssen jetzt quasi eins runter. Ja, also hier rechts. Hier. Also alle Gegner töten. So. Zack. Du noch. So. Ach, die Karte. Die Karte. Mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. So. Ein Raum ist noch zu. Da kommen wir aber erst später hin. Was es damit auf sich hat... Keine Ahnung. Ups. Okay. So. Dann auf zum Boss. Zum Ersten. Was ist raus? Tja. Wer heißt da wohl, ne? Molda. Molda. Sehr schön. Ein Herzcontainer. Sehr schön. Du hast die Muschelgeige erhalten. Sehr gut. Zumpf. Sag mir, wo die Blumen blühen. Okay. Das war Lexer Awakening. Für diesen Part. Ein Part, ein Dungeon, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Lexer Awakening Deluxe. Au rei, Leute. Und tschüss. 해� Stefan ruft. Tschüss. Wie immer. Tschüss. Hammer. D